hallo willkommen zu einer neuen folge von pkxd leute und zwar jetzt das osterupdate ist da in pkxd leute es gibt viele neue sachen zu entdecken es gibt wieder einen kompletten neuen shop es gibt sogar rainbow friends im moment es gibt rainbow friends es gibt eine neue oster rüstung es gibt das osterhaus so ein oster set mit ostersachen hier ist das osterhaus und hier sind noch andere sachen dekoration und so und hier gibt es haustiere so hasen ein fahrrad was man sich kaufen können und so eine rüstung also auf jeden fall dass dieses update mal wieder sehr 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 cool und leute in dieser folge wollen wir auch uns das haus angucken wie das so aussieht ok hier ist drin hey was ist das eine luke lass doch mal rein komm lass mich da rein ich will da rein ey was ist das ich will in die luke komm komm lass mich rein ich kann nur drauf stehen ach da geht es wahrscheinlich hinterher noch runter dann gibt es hier ein paar räume coole muster auch dann geht es hier hoch und hier ist noch was wie das bonus bloß hier unten sehten wir sehen wir nicht was es ist aber ich weiß es weiß es schon weil letztes jahr gab es das auch schon dieses haus es gibt wieder die schuhe die letztes jahr auch das ist sehr cool okay aber lass erst mal zum neuen mini spiel gehen eigentlich können wir schon aber lasst trotzdem mal rein gehen das ist das event bis zur spitze kennen wir ja schon das habe ich auch beim logo zero gravity letztes jahr gespielt das war cool das war sehr cool lust mit ostermotiven jetzt cool oder also wir warten mal bis die runde anfängt und dann bis gleich wobei wir könnten doch hier mal angucken was sie hier so machen oh ich darf nicht wie nett wie nett wie nett ähm hallo ich möchte auch mit spielen auch nicht spielt gar nicht mit ok lass mal ran man kann jetzt hoch gucken und die anderen spiele angucken lass das mal machen wir gucken jetzt mal die anderen spiele okay wir gehen hoch 2 1 das ist cool vor allem mit diesen ganzen ostermotiven da hier und wir sind gleich ganz oben angekommen sind die schon alle oben da oben ist so ein hase vielleicht hat er ein paar sachen zu zeigen ok das mini spiel beginnt und spielen ich möchte mitspielen start darf ich mit spiel start ja ich bin im spiel jetzt ich darf mitspielen ok ich mache jetzt gegen die komm schnell es geht los direkt 3 3 2 1 und los 4 3 2 1 wow wie knapp war das und 6 5 4 3 2 1 ich bin drauf 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 bin ich überhaupt noch mit jemandem in der runde ja bin ich 4 3 2 1 4 3 2 1 hey wie weit unten sind die denn hier oben 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 5 5 5 4 3 2 1 6 5 4 4 3 3 3 2 1 5 5 4 3 2 1 und ich bin oben Leute ich hab's hoch geschafft Preis verdoppeln mache ich einfach 1.120 und eine Kiste 2 und 850 Münzen Ein Juwel und ein Gegenstand. Sehr cool. Jetzt bin ich hier oben beim Hasen und jetzt wieder unten. Das ist wirklich cool, das neue Minispiel, Leute. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Okay. Aber wir haben jetzt erstmal für die Folge alles durchgespielt. Was es neu gibt von den Minispielen und so. Also, Leute, ich würde erstmal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Lack da. Bis zum nächsten Mal. Hand rein. Ciao.